Hallo liebe Fußballfreunde, Thema Kaiserslautern 3. Liga 2021-2022, 25 Spieltag FSV Zwickau gegen Kaiserslautern Entgibnis 0 zu 2 Startelf von FSV Zwickau Frankes, Brunzen, Nikansa, Reinhardt, Herr Krokon, Kunmenz, Künke, Mögerhorn Lokos, Baumann Startelf von Kaiserslautern Spafis, Spahitsch, Tomiak, Klingenburg Winkler, Hecher, Zug, Ritter, Handlik, Wunderlich, Kiprit, Beut Das war's von FSV Zwickau gegen Kaiserslautern von FSV Zwickau Zwickau gegen Kaiserslautern